Hallo meine lieben Kinder. Unser Thema ist Haus 2. Schauen wir mal zusammen. Was ist das? Das ist der Federball. Das ist der Federball. Das ist der Federball. Was ist das? Das ist der Federballschläger. Was ist das? Das ist der Fußball. Das ist der Fußball. Was ist das? Das ist der Tennisschläger. Das ist der Tennisschläger. Das ist der Tennisschläger. Noch einmal zusammen. Das ist der Federball. Das ist der Federballschläger. Das ist der Federballschläger. Das ist der Federballschläger. Der Federballschläger ist schwarz. Wie ist der Fußball? Der Fußball ist schwarz und weiß. Wie ist der Tennissball? Der Tennissball ist gelb. Wie ist der Tennisschläger? Der Tennisschläger ist weiß. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss.